Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode von CUT. Heute ist Sonntag, der 30. August 2020. Neben mir sitzt du immer, die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Hallo. Wie wir letztes Mal schon angekündigt hatten, waren wir im Kino. Ja. Und es war so schön. Ja, nach fast sieben Monaten. Ja. Krass, oder? Ja. Schon heftig, oder? Ja. Also da hat man echt auch gemerkt, wie wir das vermisst haben. Also ich meine, wir haben ja oft auch immer über Kinobesuche geschimpft, aber dank der Corona-Hygienemaßnahmen war das ein richtig angenehmer Kinobesuch. Das stimmt, ja. Ja. Also ich habe kein einziges Popcorn-Mampfen gehört, weil alle so schön weit von heimweg waren. Ja gut, der Film war aber auch brachial laut. Ja. Egal, ich habe trotzdem nichts gehört. Ja, so richtig. Also es war tatsächlich, also meine Befürchtung war ja, also wir wussten ja, dass in den Sälen entsprechend Abstand gehalten werden muss. Wir wussten ja auch, dass Maskenpflicht bis zum Sitzplatz herrscht und so weiter. Das war ja alles im Vorfeld bekannt. Aber letztendlich weiß man ja nicht, wie die Leute sich so verhalten. Genau. Die große Unbekannte. Genau. Wie groß die Unvernunft ist. Aber das war alles extrem gesittet. Ja, fand ich auch. Ich fand es echt toll. Also es ist halt so, zumindest in dem Kino, ich denke mal, dass das überall so ist, dass halt bis zu den Sitzplätzen muss man halt die Maske tragen und wenn man halt seinen Sitzplatz verlasst, also quasi nochmal auf die Toilette geht oder irgendwas anderes, dann musst du sie halt wieder aufsetzen. Und das hat eigentlich echt super funktioniert und alle haben sich dran gehalten. Ja. Und ich sag mal so, im Umkreis von, ich würde sogar fast sagen, so drei Metern von uns saß niemand und es war halt jetzt auch ein relativ großer Saal. Ich glaube, der größte Saal jetzt im Cineplex hier in Passau. Auch technisch der am besten ausgestattete. Also mit Dolby Atmos. Also ich glaube, dass das so die Vorstufe zum IMAX war. Das wäre, glaube ich, noch die einzige mögliche Steigerung gewesen, die wir ja leider nicht erleben können, weil das nächste IMAX in Nürnberg ist, oder? In Nürnberg, München. Ich weiß es nicht mehr. München gibt es das nicht mehr, oder? Das weiß ich nicht. Egal. Jedenfalls haben wir keins. Genau. Aber das ist trotzdem, also für Passau, für die Region, also wirklich ein herausragender Kinosaal. Und es ist auch vor dem Film, dann wird dann wieder so ein Trailer gezeigt und dann wird einem erstmal wieder so bewusst, was Kino eigentlich wieder alles kann. Und es kann, es tut mir leid, also klar sitzen wir auch gern zu Hause auf der Couch und sind manchmal echt faul, das Haus zu verlassen, wenn wir nicht müssen. Das heißt, man muss zur Arbeit gehen, das muss man ja. Aber ja, Kino kann halt einfach alles. Und das war einfach wieder schön, sich das in Erinnerung zu rufen. Und dann hatten wir einfach auch noch den perfekten Film dazu, der uns einfach gezeigt hat, so ja, manche Filme brauchen einfach die große Leinwand. Ja, auch wenn, also was haben wir uns denn überhaupt angeguckt? Ja, genau, was haben wir uns denn überhaupt angeguckt? Also für die aufmerksamen Hörer von vor zwei Wochen oder überhaupt, wir haben uns Tenet angeschaut. Genau. Von Christopher Nolan. Der ja selbst nicht müde wird zu betonen, dass seine Filme für die große Leinwand gemacht sind, der ja auch weder Kosten noch Mühen scheut, seine Filme tatsächlich in 70mm IMAX-Format zu drehen, was auch technische Herausforderungen ist, aufgrund der schieren Größe der Kameras, was man auf so Set-Behind-the-Scenes-Fotos, so Set-Fotos immer schön sehen kann, was das für Apparate sind im Vergleich zu den heutzutage eher verbreiteten digitalen Schwestern und Brüdern. Und ja, wie du schon sagtest, also es ist halt so, da läuft, da läuft dann der erste Tech-Demo-Trailer Dolby Atmos Sound-Trailer über die Leinwand und schon stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil, ja, weil das, das ist halt etwas, was wir zu Hause nicht haben können. Nein. Es mag vielleicht den ein oder anderen Glückspilz da draußen geben, der ein entsprechend der ausgestattete Heimkino sein Eigen nennt. Wir haben sowas leider nicht, auch wenn wir uns soundtechnisch in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen abgegradet haben. Aber es ist immer noch weit, weit, weit davon entfernt, das gleiche Klang- und Bilderlebnis zu bieten wie in einem Kino. Genau. Ja. Ja, bevor wir, bevor wir zu deinen allseits beliebten Fakten kommen, habe ich mir noch, gar nicht, habe ich mir noch, also mich hat ja der, der, der Wortursprung dieses, dieses Titels, also Tenet, hat mich ja interessiert, weil der jetzt auch im Film selbst nicht näher thematisiert wird, woher dieses Wort kommt. Ich meine, außer… Ganz kurz am Anfang, ganz, ganz kurz, wo er da auf dem Schiff ist. Ja, da sagt er eben, es gibt nur ein Wort für sie, aber was das bedeutet, sagt einem niemand. Das Offensichtliche ist natürlich, dass man es von beiden Seiten lesen kann und diese Wortgattung nennt man Palindrom. Und da gibt es halt Wortpalindrome, also sowas wie Tenet, dass man eben von hinten hin und von vorne lesen kann. Und es gibt aber auch, also allgemein, wenn Palindrome als Wörter, Wortreihen oder Sätze bezeichnet, die rückwärts gelesen genau denselben Text ergeben, wobei große Kleinschreibungen, Wortgrenzen und Satzzeichen beim Rückwärtslesen gegebenenfalls zu ändern sind. Sagt zumindest die Wikipedia. Also bekannte, ein paar Beispiele für Wortpalindrome sind zum Beispiel Regallager, Reittier oder Rentner. Also die kann man genauso wie Tenet von hinten und von vorne lesen. Oder Satzpalindrome, da gibt es ein sehr bekanntes, das werde ich jetzt nicht aussprechen, weil es rassistisch ist. Das hat man noch in der ein Höhöh mit Gazelle sagt im Regen nie. Hast du das nie gehört? Mit dem N-Wort? Nee, das kennen wohl die meisten, aber ich habe mir eine andere rausgesucht. Also Satzpalindrome, wie zum Beispiel nie Solo sein, ist ein Satzpalindrom, das man auch umgekehrt lesen kann. Oder sehr eindrucksvoll, trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt? Und das kann man halt auch umgekehrt lesen. Der Ursprung des Wortes Tenet, also ich habe es jetzt nicht bestätigterweise gelesen, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass der Ursprung dieses Wortes das sogenannte Sator-Quadrat ist. Ich habe gesehen davon, dass der Name des Antagonisten aus Tenet Sator ist. Oder Sator. Und zwar ist das ein magisches Quadrat, das man horizontal, vertikal, vorwärts und rückwärts lesen kann. Und zwar heißt dieses ausgesprochen latein, also sind das lateinische Worte, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Das kann man rückwärts aussprechen und wenn man die Worte übereinander schreibt, kann man die auch von oben nach unten lesen und von unten nach oben und von rechts nach links, vorwärts, rückwärts. Und dieses magische Quadrat ist also der früheste Fund, stammt aus Pompeji, von 55 nach Christus, auf irgendeiner Säule hat man das gefunden. Und wenn man jetzt Arepo als Namen auffasst, dann wäre eine mögliche Bedeutung, der Sämann Arepo hält mit Mühe die Räder. Manche sind aber auch der Ansicht, dass der Text überhaupt keine Bedeutung hat, weil Arepo ein Nichtwort sei, das lediglich die vier lexikalischen Wörter zum Quadrat vervollständigen soll. Und da gibt es einen ganz großartigen Wikipedia-Artikel, den habe ich auch verlinkt. Ja, weil diesem Sator Quadrat da auch natürlich eine magische, mystische Bedeutung zugemessen wird und schon immer irgendwie so eine, also findet sich ganz häufig in der Geschichte. Okay, cool. Genau. Und ja, da stammt definitiv dieses Tenenteil. Also ich bin fest und fest überzeugt, weil er sich ja auch mit diesem Sator, mit diesem Namen bedient hat. Ja, vor allem Opera heißt ja Opern. Ja, ja. Und dann? Ja, nicht, heißt nicht Opern. Das heißt, ist nicht lateinisch für Oper. Ach so, nicht? Nee, nee. Okay. Also wie gesagt, der Sämann Arepo hält mit Mühe die Räder ist die Übersetzung. Ich weiß nicht, welchen Wortstamm jetzt Opera hat, aber es heißt nicht Opern. Aber Englisch für Opera, ja. Also hat er sich auch nochmal entliehen. Ja, weil es gibt ja eine Szene in einem Opernhaus. Ja, genau. Also das ist jetzt kein Spoiler. Ich kann ja nochmal gucken, da steht nämlich in diesem Wikipedia-Artikel steht der Wortursprung für jedes einzelne Wort eigentlich drin. Opera Werke heißt es. Also das lateinische Wort für Werke als Nominativ oder Akkusativ Plural von Opus oder mit Mühe. Ja, ich denke, dass das Wort Oper ja auch davon abgeleitet ist. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, ja. Also es deutet sehr viel darauf hin, dass sich der Herr Nolan an diesem Satorquadrat bedient hat, was seine Inspiration betrifft. Ich weiß nicht, ob er die Idee für den Film gehabt hat, als er diesen Wikipedia-Artikel hier gelesen hat. Aber ich denke, dass er irgendwann drüber gestolpert ist und das mit als Inspirationsquelle verwendet hat. Soviel zum Thema unnützes Randwissen. So unnütz war das doch jetzt gar nicht. Nee, ich fand es interessant. Ja. Aber abgesehen davon, dass man diesem Wort Tenet, wenn man es englisch liest, auch noch eine Wortbedeutung beimessen kann, dass es nämlich von beiden Seiten das Wort Ten lesbar ist, was im weiteren Verlauf unseres Podcasts vielleicht noch eine Rolle spielen wird. Bleiben Sie dran. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Fakten. Genau. Und zwar hat der Film die FSK 12 und eine Länge von zwei Stunden und 30 Minuten die Bewertung. Die wie im Fluge vergehen. Ja, absolut. Ja, absolut. IMDB hat eine Bewertung von 8,0. Der Metascore ist mit 69, ein bisschen dürftig, finde ich jetzt. Und Rotten Tomato 80 Prozent. Also war jetzt schon erstaunt, dass Metascore 69, aber da. Ja, Metacritik ist ja bei mir schon seit langem unten durch. Ja, ich weiß schon. Und da haben irgendwie ein paar Kritiker vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war der Film bei Ihnen auch zu laut und haben keine Lust mehr oder es war zu kompliziert. Also ich meine, also vorneweg, der Film ist kompliziert. Ja, dazu später mehr. Dazu später mehr, genau. Also nur so als Aufhänger. Regie für, wie schon erwähnt, Christopher Nolan. Allseits beliebt bei, also für Inception, Interstellar, Dunkirk, Prestige und die Batman-Filme hat er auch gemacht. Auch hier Drehbuch, Christopher Nolan. Das hat er komplett alleine geschrieben, wie auch bei Dunkirk, Interstellar und Inception. Bei allen anderen hat er sich dann immer irgendwie helfen lassen. Musik Ludwig Göransson. Göransson? Oder Göransson? Göransson. Genau, der den Black Panther Soundcheck gemacht hat. Creed 2 und auch den Soundtrack zu Mandalorian. Den wir sehr, sehr lieben. Also ja, also das Intro, das tun wir echt abfeiern total. Also wir dann immer auch mit. Ja, der Soundtrack, der bedarf wirklich einer, einer, einer Hervorhebung, weil ich fand den extrem, wie sagt man denn? Brachial. Ja, also eingängig ist das falsche Wort, weil eingängig wäre ja irgendwie was Sanftes, was sich so leicht in den Gehörgang schleicht. Also das hämmert einen schon ziemlich ins, ins Hirn und in die Magengrube. Und manchmal sind das auch nur so, so Klangfetzen kann das sein. Und dann, ja und dann Kamera habe ich noch, heute von Heutemmer. Den kennen wir schon, den Hirn. Ja, aber ich habe dann auch, also wo ich den Namen, so wow, was sind das für Namen? Und wo ich dann gesehen habe, dass er Interstellar, Ad Astra, Dunkirk, Hör, dachte ich, ja, wieso ist mir dieser Name nicht hängen geblieben? Also weil. Doch, doch, der kam mir schon bekannt vor. Ja, also mir jetzt weniger. Aber da habe ich wahrscheinlich kurz die Augen zu gehabt beim Blinzeln. Und dann, keine Ahnung. So, Schnitt habe ich noch, das ist die Jennifer Lame. Die hat Hittery, Hereditary. Hereditary. Was? Hereditary. Die ist so. Hereditary. Nein, Hereditary spricht man das. Hereditary. Hereditary. Jetzt habe ich vorhin noch gedacht, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Nee. Ist aber auch, ist aber auch ein ziemlich, äh, ein ziemlicher Zungenbrecher. Ein blödes Wort. Ja. Manchester by the Sea und Merit Story. Dann kommen wir auch schon zu den Darstellern. Und zwar, ähm, der Hauptdarsteller, der in dem Falle nur der Protagonist heißt, ist der John David Washington. Den wir auch schon in Black Clansman und, äh, Book of Eli und in Ballers hat er mitgespielt, der Football-Serie. Ja, da habe ich ihn aber, ich kenne ihn nur aus Black Clansman. Ja, also Book of Eli. Mit diesem geilen Afro. Ja. Aber wirklich, das sieht in Tenet ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ich habe dann echt immer, ich wusste, dass das ist, aber jedes Mal, wenn ich ihn dann gesehen habe, habe ich echt immer überlegt, ist das denn wirklich? Was irgendwie total Banane ist, aber es sieht irgendwie in dem Film. Meinst du echt, dass das der Afro ist? Darf man überhaupt noch Afro sagen? Warum nicht? Okay. Dann, äh, Robert Pattinson spielte Neil. Mhm. Und, äh, den, ja, also Robert Pattinson, den kennt man natürlich aus Twilight. Ursprünglich mal aus Twilight. Ursprünglich mal aus Twilight, genau. Also. Wobei er sich, äh, freigespielt hat von diesem Klischee. Ja, also das hätte ich nicht gedacht. Also, ähm, wir haben ja, also ich hatte ja irgendwie auf Instagram habe ich gesehen vor, also zumindest, ich muss nochmal ausholen, nochmal. Tom Cruise hat Werbung für Tenet gemacht, indem er auf Instagram gezeigt hat, wie er mit Maske in den Kinosaal gegangen ist. Und da war vor der Vorstellung, also zumindest in Paris, vor der Vorstellung von Tenet kam der Batman-Trailer. Und da bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, so hey, wenn Tom Cruise den Batman-Trailer vor Tenet bekommt, kriegen wir den natürlich auch. Pustekuchen, wir haben ihn nicht bekommen. Also, es kam alles mögliche andere, aber nicht den Batman-Trailer. Natürlich haben wir den auch schon auf YouTube gesehen, aber, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich ihn wieder voll ausgeholt. Robert Pattinson ist der neue Batman und ich war mehr als skeptisch und nach dem Trailer, denke ich nur so, meine Fresse, ich will diesen Film sehen. Ja. Das ist so geil. Wahnsinn. Also, dass der, also, klar, ich habe wie, wie jede, äh, ne, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ne, egal. Natürlich habe ich auch die Twilight-Filme gesehen, weil ich auch einen Hang zu, äh, ich mag halt Vampir-Romane, Vampir-Filme und, ja, dann schaut man natürlich auch Twilight. Glitzernde Vampire. Ja, das mit den glitzernden Vampiren hat mir nie gefallen. Das fand ich dann immer so ein bisschen lame. Keine Ahnung. Ähm. Ja, auf jeden Fall hätte ich jetzt nie gedacht, dass der sich so mausert. Also, wirklich nie. Also, auch schon wieder, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich finde es auch, ich finde man sich da aus diesem, aus dieser Ecke, äh, des, des Teenie-Schwarms, äh, Vampir-Film darstellt, das da so, so befreien kann. Aber er hat es geschafft. Ich glaube, Leuchtturm, den haben wir immer noch nicht gesehen. Äh, da muss er wohl schon sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, was er, was er kann. Und, äh, spätestens jetzt auch mit, ähm, mit Tenets hat er sich dafür Größeres empfohlen. Also, der hat, der wird mit Batman, glaube ich, spätestens, äh, dem wird man dieses, dieses Twilight nicht mehr lange nach... Ja, glaube ich auch. Äh, ja. Vor allem halt, also, wenn man so seine Filmografie da anschaut, also, er hatte brutal in vielen Filmen mitgemacht und er hat sich da wirklich, also, konsequent aus dieser Rolle rausgespielt. Also, er hat da jetzt auch nicht locker gelassen. Also, also, vor allem, dass er dann nochmal irgendwie sagt, okay, also, ich bleibe jetzt in diesem Teenie-Fach. Also, ich glaube, das Einzige war dieses Remember Me. Das ist dann nochmal so eine Schnulze. Aber ansonsten hat er sich eigentlich so aus diesem Schnulzen-Fach ziemlich dann verabschiedet, was ich ziemlich cool finde. Naja, dann haben wir noch die Elisabeth Debicki. Die spielt die Cat, äh, bekannt aus Widows, Everest, Guardians of the Galaxy, hat sie auch mitgespielt. Und in der Miniserie The Night Manager. Da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Ja, mir auch. Da ist der Spieler mit dem, äh, Loki-Darsteller, äh, wie heißt der? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston und, ähm, äh, Dr. House. Dr. House. Wir sind wieder, wir sind wieder voll informiert. Voll die Nullen hier. Egal. Tolle Serie übrigens. Ja, super. Müsst ihr anschauen. Miniserie, ja. Und was, äh, jetzt auch in den letzten Tagen bekannt geworden ist, dass sie die zukünftige Lady Diana in, äh, The Crown spielt. Also ab November kommt dann die neue Staffel und da spielt sie sie. Wobei ich dann echt gestern, wo ich den Film gesehen habe, auch das ist kein Spoiler, also jeder, wo sie schon mal gesehen hat, sie ist halt einfach eine sehr, sehr große, schlanke Frau. Und ich weiß nicht, war der Diana auch so riesig? Weiß ich nicht. Okay, egal. Also ich dachte dann immer nur so, hm? Ja, mir auch nicht. Ich dachte eigentlich, naja, egal. Ich dachte dann immer so, wow, ist die riesig. Also die ist wirklich groß. Ja, weil jetzt speziell in dem Film hat man sich jetzt auch, was ich sehr cool fand, keine Mühe gegeben, das irgendwie zu kaschieren. Also auch der Größenunterschied zwischen dem Hauptdarsteller, dem Protagonisten und ihr. So zwischen allen Männern. Ja, aber Tom Cruise ist winzig zum Beispiel. Und da, wenn die Frauen größer sind als er, dann sucht man sich halt Kameraperspektiven aus, die… Oder Frauen, die kleiner sind wie er. Nee, nee, die musst du erst mal finden. Achso. Das ist ja der volle Zwerg. Nee, ohne Scheiß. Also da musst du mal aufpassen, wenn du irgend so Mission Impossible oder so guckst. Ja. Es ist ganz selten, dass man merkt, dass die Frauen, also dass die anderen Hauptdarsteller größer sind als er. Ja. Weil sie das halt schon so drehen. Aber da hat man sich dafür entschieden, diesen Unterschied deutlich zu zeigen. Ja, absolut. Vor allem halt, sie trägt ja auch nicht irgendwelche Ballerinas, wo dann, also flache Schuhe in dem Falle, sondern sie trägt auch immer High Heels. Also sie ist dann noch größer. Und das ist also eine wunderschöne Giraffe. Ja, sie ist eine schöne Frau. Ist jetzt nicht mein Typ, aber sie hat was… Erhabenes. Ja, und so was nordisch Kühles. Also sie ist eine schöne Frau. So, dann haben wir den Antagonisten, hast du schon erwähnt, und zwar den Andrei Sator. Sator. Und zwar wird er gespielt von Kenneth Branagh. Den kennt man ja auch. Also entweder steht er vor und hinter der Kamera gleichzeitig oder steht nur hinter der Kamera oder nur vor der Kamera. Auf jeden Fall hat er Hamlet gemacht. Aktuell ist er als Hercule Poirot im nächsten Film dann zu sehen. Tod auf dem Nil. Oder Mord auf dem… Tod auf dem Nil, ja. Genau. Mord im Euren-Express haben wir auch schon gesehen. Fanden wir eigentlich ganz gut. Ja. War gut, gute Neuinterpretation. Ganz okay. Wir hatten nur diese Action-Sequenzen. Ja, also ich finde halt, dass die, also gerade mit den, also die alten Poirot, Hercule Poirot Verfilmungen mit Peter Ustinov, dass die so zeitlos sind. Die spielen halt auch, das sind wieder, weißt du, Filme, die in so einer bestimmten Zeit spielen, die sind ja eh zeitloser, wenn man sie heute anguckt, als moderne Filme. Insofern hätte es nicht gebraucht, ist aber gut gemacht, kommt halt jetzt wieder einer. Genau. Er ist gut in der Rolle, wir freuen uns drauf. Genau. Und auch, also so einer seiner absoluten, also finde ich, darstellenden Highlights ist halt bei Harry Potter, wenn er den Lockhart Gilderoy spielt, den Lehrer, also in Harry Potter 2. Hat der nicht auch den ersten Tor gemacht, der Brenner? Ja, also Regie habe ich jetzt gar nicht rausgeschrieben, aber hat auch unglaublich viel, genau. Also Regie hat er auch damals den Tor gemacht, genau. Dann habe ich noch den Ives, das ist der Aaron Taylor Johnson. Und den Aaron Taylor Johnson, also wenn man den dann sieht auf der Leinwand, denkt man immer so, also irgendwann kenne ich den. Und irgendwie fällt es dann einem ewig nicht ein, bis man dann mal seine Biografie dann immer liest. Und es ist halt, ja, es ist aber wirklich jedes Mal so. Das ist unglaublich bei dem. Also den kennt man ja aus Kick-Ass 1 und 2. Und dann hat er auch bei Avengers Age of Ultron den Quicksilver gespielt. Und er hat irgendwie so ein, auf der einen Seite so ein Allerweltsgesicht, aber dann hat er wieder, ich glaube, das ist meistens die Augenpartie. Wenn man die mal so ein bisschen länger anschaut, denkt man so, verdammt, das ist doch der. Der ist irgendwie extrem wandlungsfähig. Ja, total. Also der ist volles Chameleon, finde ich. Das ist Wahnsinn. Und dann echt so, ich habe auch zweimal hingeguckt. Ja. Und dann habe ich noch den Mahir. Das ist der Imesh Patel. Und den kennt man aus Yesterday und Aeronauts. Der hat auch noch eine kleine Rolle. Ja, natürlich bei Inception hat der auch schon mitgespielt. Ja. Nein, das ist nicht der. Ist nicht der? Ich habe es auch erst gedacht. Aber der sieht dem ähnlich, ist aber schlanker. Ja. Das ist doch der, der ihnen hilft, oder? Nein. Der mal hier. Ja, also bei Tenet, ja. Aber der spielt nicht in Inception mit. Der schaut so ähnlich aus. Das ist der, doch, das ist der, der ihnen da diese Schlaflabor zeigt. Nee. Okay. Erzähl weiter. Okay. Ich widerlege dich jetzt. Ja, gerne. Ja, mach weiter. Mach weiter. Achso, ich mach weiter. So, Michael Caine hat noch eine ganz, ganz, ganz kleine Rolle. Und die Clemency Posey hat auch eine ganz, ganz kleine Rolle. Und dann wären wir eigentlich schon durch. Genau. So. Und jetzt? Und jetzt bin ich immer noch am gucken, ob du recht hast. Ja, stimmt. Bei Yesterday haben wir den gesehen. Der hat uns ja nicht so gefallen. Ja, und Aeronauts hat er den, da haben wir den auch gesehen. Der sieht den eh nicht, wie gesagt, aber der ist schlanker. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Entschuldigung. Warst du schon? Ja, du hast recht. Ja. Und wer recht hat, salter Mass, sagt mein Bein. Ja. Okay. Ich gebe einen Tee aus. Genau, ich gebe einen Tee aus. Ich habe auch noch einen Pressetext für euch, der ja aus zwei Sätzen besteht. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich habe mir den jetzt gar nicht rausgeholt. Ich habe den jetzt nicht abgeschrieben, weil er so kurz war. Nur mit einem einzigen Wort bewaffnet, Tenet, taucht der Protagonist im Kampf um das Fortbestehen der Menschheit in die zwielichtige Welt internationaler Spionage ein. Seine Mission völlig von der Zeit losgelöst. Bam. Bam. In your face. Das war ein sehr, sehr kurzer Pressetext, wie ich finde. Ja, wie war denn so unsere Vorfreude? Die war natürlich riesig. Vor allem Tenet war ja vor Corona ja schon so eins der Film, auf das wir uns sehr gefreut haben. Und dadurch, dass jetzt halt Corona wütet, wurden ja erst mal die Kinos zugemacht und dann wurde es ja verschoben. Dann wusste man ja nicht, okay, kommt der noch dieses Jahr, kommt der nicht. Ich glaube, der wurde zweimal verschoben. Ich glaube, der wurde sogar zweimal verschoben. Und wie viele Studios halt mittlerweile es gemacht haben, manche schieben es dann schon komplett aufs nächste Jahr und dann hatten wir schon so ein bisschen Angst. Und es ist aber zum Glück nicht passiert. Und ich finde es gut, dass Warner jetzt auch so mutig war, weil es hätte jetzt auch wieder voll nach hinten losgehen können. Aber die haben jetzt einfach gesagt, okay, wir läuten jetzt einfach die Kino-Saison wieder ein. Und ja, das ist ihnen absolut gelungen. Und wir haben uns riesig darauf gefreut. Und klar haben wir erst mal so ein bisschen, ja, also wir nehmen halt Corona schon auch ernst. Und es ist natürlich auch noch mal mit so einem, ja, das ist halt diese bewusste Entscheidung, dass du jetzt dann halt dich mit fremden Menschen in so einen Saal setzt. Aber wie gesagt, also die Hygienemaßnahmen, die waren super und man hat sich absolut sicher gefühlt. Und ja, und das war dann währenddessen überhaupt gar kein Thema. Und dann hast du auch dann ganz entspannt dich auf den Film einlassen können. Ja, ich habe mich auch darauf gefreut. Allerdings gar nicht so enthusiastisch, wie ich zunächst dachte. Also das war jetzt aber weniger diesen Hygienemaßnahmen geschuldet. Da war ich eigentlich relativ entspannt. Und ich hatte schon, schon das Gefühl, oder ich glaubte schon, dass das im Vorfeld schon, dass das funktionieren wird. Aber ich habe mir natürlich wieder den Fehler gemacht und habe so die ein oder andere spoilerfreie Kritik gelesen. Was? Zu Tenet. Echt? Und da habe ich dann schon vernommen, dass der Film halt zum Teil etwas überfordert, sodass er halt nicht so zugänglich ist und dass das vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte, dem Film zu folgen. Und ja, was soll ich sagen? Also ich empfand das über lange Strecken nicht so. Da dachte ich mir dann immer so, na, was haben sie denn alle? Okay. Da habe ich mir so, ja, was wollen sie denn? Ist doch alles gut? Ist doch alles safe? Und dann kam so das letzte Viertel. Und dann dachten wir, okay, jetzt verstehe ich euch, was ihr damit meintet. Ja, aber wir greifen ein bisschen vorweg. Und wie war dann so deine erste Reaktion, als wir dann aus dem Kinosaal kamen? Naja, du hast jetzt so das letzte Drittel angesprochen. Ja, es ist schon so, dass du dann da rauskommst und denkst so, oh, meine Fresse, aber habe ich jetzt auch alles verstanden? Das ist, ja, also während des Films dachte ich eigentlich auch immer, ja, okay, es fordert einen, aber wenn man sich Mühe gibt, dann, also du musst halt wirklich mitdenken. Vielleicht sollte man kurz mal erläutern, warum, also was denn jetzt so die Prämisse von Tenet ist. Ich glaube, das sieht man ja auch im Trailer und im Vorfeld ist es ja auch schon bekannt, dass es etwas mit Zeit zu tun hat. Und es ist aber kein klassischer Zeitreisefilm, überhaupt nicht, sondern er spielt irgendwie mit dem Gedanken der Invertierung. also, dass man eben Gegenstände, ganze Fahrzeuge, Menschen, was auch immer invertieren kann, so nennt es der Film, und die sich dann nicht mehr vorwärts durch die Zeit bewegen, sondern rückwärts. Und das ist so ganz einfach runtergebrochen, der Kern des Films. Und ja, es geht, im Grunde geht es ja um Waffenhandel erstmal. Und dieser, also wie dieses Gimmick, also dieses Invertieren dann im Film eingesetzt wird, das ist am Anfang sehr spärlich und sehr gezielt. und du denkst dann immer, ah, alles klar, so funktioniert das und so. Und am Ende kommt es da zu so einer Art Showdown, in der das Ganze halt auf die Spitze getrieben wird. Es kommt dann knüppeldick. Es kommt dann knüppeldick, wo dann halt dieses Invertieren mit all den Dingen, die sich der Christopher Nolan dazu hat, so einfallen lassen, halt komplett auf die Spitze getrieben wird, so, sodass, sodass man sich da halt echt, dass man echt aufpassen muss. Ja, ich, das war glaube ich auch der erste Satz, als ich rausging, hast du, glaubst du alles verstanden zu haben? Sagen wir mal so, ich war jetzt nicht so brachial geplättet, wie damals bei Inception. Nee, das nicht. Also Inception ist, war, hat für mich nochmal ein Stück mehr funktioniert. Nichtsdestotrotz ist Tenet ein visuelles, ein absolut beeindruckendes Werk, das mal wieder, ja, auch diesen Einfallsreichtum und diese Innovation jetzt zum Teil optisch, aber auch eben erzählerisch. Ja, und mir ist doch, ich habe doch gestern die, die Schnittweise, habe ich doch noch erwähnt, gell, und mir ist jetzt heute das passende Wort dafür eingefallen, und zwar Ruppig. Ruppig, ja. Ja. Also, die, die, der Schnitt ist nicht fließend. Ja. Und das ist halt auch nochmal komplett, das macht auch nochmal viel bei dem Film aus, finde ich. Ich dachte mir so, die arme Frau, die den Schnitt da machen musste. Aber. Also, da geht es ja jetzt nicht nur um, 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 um die Sequenzen als solches, sondern eigentlich, du meinst ja eher so die Szenenübergänge. Auch, aber gerade die Eingangssequenz, das war auch schon sehr ruppig geschnitten. Ja, ja. Also, da, und da fielen mir jetzt dann das Wort nochmal. Also, ich finde, das ist das passende Wort dafür. Ja, ja, das stimmt. Also, der Film, der ganze Film fühlt sich, es ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Wort, das den Film sehr gut beschreibt. Ja. Also, der Film ist halt ruppig oder sperrig im, 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 im Ganzen. Ja, ja, ja. Also, zum einen die Musik, die einem halt wirklich in die Fresse schlägt. Ja, also, wow, was ist denn jetzt? Der Sound, weiß ich, ob das jetzt in dem Kino speziell so war, aber der war extrem brachial. Also, die ersten Schusswechsel, dachte mir so, mein Gott, mein armes Trommelfell. Die Schnitte waren sehr, waren sehr ruppig, ja. Und natürlich auch dieses Konzept dieser, dieser Inversion hat sich dann halt am Ende als extrem sperrig herausgestellt. Und eben, wenn man, also, ich versuche das jetzt irgendwie mal in Worte zu fassen, warum mich der Film jetzt nicht so komplett mitgerissen hat, wie beispielsweise seiner Zeit Inception. Das liegt halt einfach daran, dass es natürlich ein schmaler Grad ist, den Zuschauer zu überfordern und zu unterfordern. Und natürlich verläuft diese Grenze, vermute ich mal, bei jedem so ein bisschen anders. Aber wenn du gerade genug verstanden hast, um das Gefühl zu haben, schlau zu sein, dann hat der Film eigentlich diesen, wie nennt man es im Neudeutsch, diesen Sweet Spot für dich. Ja. Und dann gibt es halt beide Ausschläge. Einmal, er unterfordert dich, er erklärt zu viel, er ist zu einfach, es wird, es fordert dich nicht. Ja. Oder er ist drüber. Ja. Und für mich ist, war jetzt Tenet einfach so knapp drüber. Ja, und ich fand auch, der Film gibt dir auch die ganze Zeit das Gefühl, wenn du jetzt nicht mitkommst, ist es mir scheißegal. Mhm. So, leb oder sterb damit. Naja, also. Oder? Ich habe dann teilweise, also die Dialoge oder sehr viele Dialoge bestehen ja aus Expositionen. Das heißt, das ist schon auffällig gewesen, dass man in diesen eher ruhigeren Zwischenpassagen immer wieder versucht hat, Dinge zu erklären. Jetzt nicht so, dass dieses Erklärbär-Syndrom, was ich ja abgrund die Fasse da irgendwie zum Vorschein gekommen wäre, sondern schon so ein bisschen in die Konversationen eingeflochten. Aber man hat schon gemerkt, dass das Drehbuch bemüht ist, jetzt in der Passage nochmal den Zuschauer abzuholen. Ja. Und das reicht ja schon aus, dem Zuschauer diese Grundidee näher zu bringen, was sich der Nolan halt da ausgedacht hat. Aber in der praktischen Ausführung wird man da halt zum Teil ein bisschen überfordert. Ja. Und das ist das, was den Film für mich einfach deutlich schwerer zugänglich macht. Schwerer lesbar. So habe ich glaube ich gestern genannt. Ja. Und das ist halt definitiv, klar kann man sich jetzt rausreden und sagen, naja, den Film muss man öfter gucken. Das stimmt. Aber das sollte ja nicht der Anspruch von einem Film sein. Genau. Das wollte ich damit sagen. Also das sollte nicht der Anspruch von einem Film sein, dass man ihn mehrmals gucken muss, um ihn zu begreifen. Dass man ihn vielleicht vollständig begreift oder halt sämtliche Anspielungen versteht. Das ist okay. Das erhöht ja auch diesen Wiederschauwert eines Films. Aber so das Grobe, so im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man ihn schon verstanden haben beim ersten Mal. Und da habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass mir das gelungen ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also selbst wenn man jetzt wirklich überhaupt nichts kapieren würde, gehen wir mal davon aus, ihr versteht überhaupt nicht, von was da die Rede ist. Und ihr habt überhaupt keinen Peil, was uns Christopher Nolan damit sagen will, ist es halt ein absolutes Fest für Auge und Ohr. Also diese Szenen, diese Szenerien, die er sich da ausgedacht hat, die man teilweise auch schon im Trailer sieht, wo man vielleicht auch im Spoiler-Teil ein bisschen näher drauf eingehen kann, die sind wirklich, wirklich beeindruckend inszeniert. Und ich habe mir ab und zu echt mal gewünscht, das in einem IMAX zu sehen. Also es ist bestimmt noch mal geiler, als du noch mal eine breitere Leinwand hast. Ja, klar. Aber jetzt gerade noch mal wegen dem Aspekt, weil ich habe jetzt noch mal kurz was nachgeschaut, dass man einen Film beim ersten Mal schon begreifen sollte und beim zweiten oder dritten Mal vielleicht noch mal andere Aspekte dazukommen und das Ganze dann halt quasi den Film noch mal auf eine höhere Ebene bringen. Und da fällt mir eigentlich immer nur einer ein und das ist Arrival. Weil der halt wirklich beim ersten Mal halt einen schon so packt und wenn man dann weiß, was einem da auf einen zukommt und dann sieht man das aber noch mal, ich weiß nicht, also beim zweiten, dritten Mal hebt es einfach noch mal so eine andere Stufe und so sollte ein Film, wo ein bisschen das Publikum ein bisschen fordert, so sollte das auch funktionieren, ist ja genauso bei Inception. Wenn dann am Ende jeder dann sich fragt, ja, ist er jetzt noch in der Inception oder nicht? Und ja, und auch beim zweiten, dritten Mal löst es sich ja manchmal, je nachdem, nicht wirklich. Also ich könnte jetzt immer noch, ja, das ist ja immer noch offen. Ja, aber das ist ja ein klassisches offenes Ende. Also ich finde Inception ist insofern ein gutes Beispiel, weil man am Ende des Films, im Groben halt verstanden hat, um was es geht, dieses Konzept einfach verstanden hat und bei jedem Neugucken einfach Dinge wieder, also entdecken kann, die, also so Feinheiten entdecken kann, dass einem dieses Bild einfach, dieses Puzzle, vergleich es mit einem Puzzle, du puzzelst ein Puzzle so weit zusammen, dass du erkennen kannst, was es werden soll. Ja, ja. Und dann nimmst du dir die Zeit und guckst, also puzzelst weiter und dann wird das Puzzle vollständig. Genau. Und ich sage mal so, bei Tenet bleiben mir da so viele Lücken in diesem Puzzle, dass ich noch nicht das große Ganze erkennen kann. Vor allem halt, ich weiß jetzt nicht, ja, ich glaube, das kann man jetzt auch schon so spoilerfrei sagen, am letzten Drittel, da gab es dann mal so, ich glaube, da habe ich eine Sekunde, habe ich wirklich mit meinen Gedanken kurz abgeschweift, aber das war wirklich nur zwei, drei Sekunden und dann habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt bin ich raus. Also da hatte ich wirklich, ich meine, dann glaube ich, bin ich wieder rein, aber das war wirklich so, oh mein Gott, habe ich es jetzt verstanden oder nicht? Also ich hatte schon den Eindruck, dass Nolan da bis zu dem Finale den Zuschauer schon so weit wie möglich vorbereiten wollte auf das, was da kommt, der hat ja schon immer sehr dosiert dieses Konzept immer ausgeweitet, aber was dann halt am Ende kommt, ist schon brachial und auch diese Größenordnung, die er da auffährt und es ist alles schön und gut, aber man hat halt wirklich in diesem, also ich frage mich, ob es da halt ein Finale, in etwas kleinerem Umfang, also schon mit diesen ganzen Konzepten, mit dieser temporalen, temporalen, sagen, Angriff, bla, aber ein paar wenig, also nicht, keine Herrschaden, sondern halt einfach ein bisschen auf wenige Protagonisten beschränkt. Ich glaube, das hätte dem Ende gut getan, weil so hält man halt immer Ausschau nach blauen und roten Armbinden, wer mehr wissen will, der hört das im Spoiler-Teil. Ja, genau. Und versucht halt einzuordnen, wer kommt jetzt woher und wer geht jetzt wohin und das macht das Ganze leider etwas schwerer. Ungeachtet des Konzepts. Also mich fasziniert das Konzept. Ich stehe auf so Zeitreisen-Scheiß, vor allem wenn es halt clever gemacht ist. Ist hier clever gemacht, vielleicht sogar ein bisschen zu clever. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben uns jetzt eigentlich über den Film per se ausgelassen. Was gibt es zu den Darstellern zu sagen? Darstellerinnen? Durch die Bank gut. Sagst du Kenneth Branagh als Bösewicht? Mega, oder? Ja, mega. Also ich mag ihn ja generell also sehr, egal ob vor oder hinter der Kamera. Und ich habe sogar damals, also ich weiß noch, das waren glaube ich drei, vier, fünf Leute. Ich habe sogar Hamlet damals im Kino gesehen und das war glaube ich der längste Film, wo ich jemals im Kino war. Da gab es sogar eine Pause von glaube ich 15, 20 Minuten. Der Film geht glaube ich über vier Stunden. Und den, ja, den habe ich mir damals gegeben, weil das war so meine Shakespeare-Phase und da habe ich dann alles verschlungen und gesehen, was nur irgendwie mit Shakespeare zu tun hatte. Und ja, also ich finde ihn grandios und ich finde generell, also komplett durch die Bank, finde ich alle Wahnsinn. Also auch den Washington, der mir eigentlich bei Black Lives Matter jetzt nicht so gut gefallen hat, aber ich fand den jetzt richtig gut. Also der hat auch als Hauptdarsteller auch die nötige Ausstrahlung und Aura auch gehabt. Ja, auf die Physis. Ja, auf die Physis, genau. Also Physis, um diesen Film auch zu stemmen und das hat er echt super gemacht. Ja. Ja, was mir bei Brenner so gut gefallen hat, das ist das, was mir bei Bösewichten generell gut gefällt, ist dieses, dass man halt, dass die eine Bedrohung ausstrahlen, ohne ständig böse Dinge zu tun. Weißt du, es ist das Einfachste von der Welt, jemandem zu zeigen, wie er jemanden umbringt. Oder man lässt quasi den Schauspieler, also ich weiß nicht, der hat natürlich kommt mal so eine Szene vor, wo er so einen Wutausbruch hat, aber er ist vorher einfach schon so eine Bedrohung und das macht viel mit seinen Augen und seiner Art, also das ist, sowas fasziniert mich. Ja, das ist schon toll. Und der ist auch so ruhig eigentlich, aber trotzdem merkst du, es ist so ein brodelnder Vulkan und ab und zu explodiert er dann und dann schrickt man selber genau wie seine Frau da zusammen und denkt sich, boah, jetzt aber schnell Kopf einziehen. Ja, finde ich auch. Ja, der hat mich eigentlich am meisten Eindruck neben Robert Pattinson, der ja eine Nebenrolle hat, die aber echt mit viel Charme und dem Nötigen, also er fühlt die echt gut aus. Ja, finde ich auch. Ja, Kamera, Sound haben wir eh schon gesprochen. Wahnsinn. Ja, ab und zu hatte ich so, keine Ahnung, manchmal hat er so ein bisschen, also ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich den Film jetzt natürlich in zehn verschiedenen Kinos sehe, aber manchmal so den Eindruck, als wäre der Soundmixer irgendwie mit dem Kopf auf seinem Mischpult gefallen. Wieso? Ja, weil ich fand das manchmal so unausgewogen laut. Ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, ist es halt wie immer dieses, ja okay, jetzt ist Action, jetzt wird es laut. Also so, das ist die Formel. Das ist so wie. Haben sie aber auch so genauso durchgezogen, also fand ich. Es war so, als hätte der Soundmixer den Christopher Neuen gefragt, wollen sie es laut oder ganz laut und die Antwort war ja. Genau, also laut, laut, lautesten oder. Nee, also ich fand es. Es ist ja selten, wirklich selten bei mir der Fall, dass ich sage, es ist zu laut. Also da wundere ich mich schon ein bisschen. Weil ich habe ja da, ich habe glaube ich. Schatz, bist du alt. Wahrscheinlich. Ich habe ja schon mal im Podcast erzählt von diesem Terminator 3 Erlebnis, oder? Wo wir Terminator 3 gesehen haben und jeder, der den Film kennt, weiß, dass der Film mit einer Narration aus dem Off beginnt von John Connor und mit einer Nuklearexplosion. Und die war so brachial laut, dass ich ja so, ich muss sterben im Kino. Das war so, oh, das ist aber mal ein angenehm lauter Dialog. Und dann kam diese Explosion und jeder, wirklich jeder im Kino hat sich die Ohren zugehalten. Das war echt mega. Aber das haben wir nicht zusammengezogen. Nein, nein, das war weit bevor wir uns kennengelernt haben. Und ja, nee, er ist jetzt, er ist hart an meiner Schmerzgrenze gewesen. Habe ich jetzt nicht so empfunden. Ja, bevor wir zum Spoiler-Teil kommen, was haben wir denn für ein Fazit für unsere HörerInnen? Also wenn euch der Film in irgendeiner Weise reizt, dann müsst ihr den im Kino sehen. Also das ist ein Must-See, finde ich, im Kino. Also wenn euch ein Film jetzt vom Sofa ins Kino lockt, trotz der aktuellen Auflagen, dann würde ich auch sagen, dass… Die nicht schlimm sind. Die nicht schlimm sind. Und wenn ihr dazu noch ein Fable für Nolans Filme habt und Bock auf so einen Mindfuck, so einen Hirnfick habt, dann ist es Tenet. Ja, schon. Wobei, ich habe das jetzt nicht mehr so beobachtet, aber mir ist, glaube ich, ein Pärchen hat sich verabschiedet in der Mitte des Films. Ja? Ja, weil man geht selten zusammen aus dem Saal. Vielleicht ging sie zusammen pinkeln. Meinst du? Ich weiß nicht. Ich glaube, die ist noch nicht mehr wiedergekommen. Aber ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt sind sie ausgestiegen. Ja, ich habe da nicht drauf geachtet. Ja, weil die zweieinhalb Stunden wirklich wie im Flug vergangen sind und als wir dann aus dem Kino kamen, so boah, schon so spät, war ich… Oh Gott, wir müssen schon längst im Bett sein. Wir müssen schon längst im Bett sein. War ich echt überrascht. Ich war auch nicht müde oder was. Es war, der Film hält einen wirklich bei der Stange und es ist ebenso schwierig wie müßig, die Handlung jetzt hier spoilerfrei auszubreiten, weil weder haben wir sie komplett verstanden, noch wollen wir euch da zu viel verraten. Ich glaube, das, was wir jetzt angedeutet haben, reicht, um da ein Bild zu vermitteln. Und wenn ihr Nolan-Fans seid, ich sage, Dankjörg war für uns ja so ein bisschen, also mir hat er ja deutlich besser gefallen als dir. Dankjörg fällt so ein bisschen raus, weil es einfach dieses Kriegsthema ist, das dir auch nicht so zusagt. Nee, das heißt nicht zusagt, es gibt, das ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre und jeder, wo schon öfters unseren Podcast gehört hat, weiß, wenn der Film gut ist, dann lasse ich mir das auch eingehen. Es ist wichtig, auch diese Seite zu zeigen. Aber ich finde halt, er ist einfach zu talentiert, um einen Kriegsfilm zu machen und das fand mich damals einfach so maßlos aufgeregt. Und vor allem halt war auch die Geschichte einfach unter, fand ich, unter seiner Würde. Also wenn du jetzt dann so ein Tenet siehst und dann halt wieder auch so ein Interstellar und das sind halt einfach andere Filme und dann macht er so einen Kriegsfilm, wo es halt einfach darum geht, Soldaten von so einem Strand wegzuholen und dann kommen die da und dann kommen die da und dann kommen die da und dann gehen die da weg. Und das ist ja völlig gaga damals gewesen. Aber es war ja wirklich auch so und da denke ich mir so, okay, also auf seinen Mist ist da jetzt nicht gewachsen. Also ich könnte mich da jetzt schon wieder auslassen. Ja, ich finde schon auch, dass es, ich weiß jetzt nicht, es war halt einfach sein Projekt, sein Herzensprojekt, wollte er halt machen, aber es passt nicht so in sein Oeuvre oder in sein Schaffen. Und wenn man ihn halt mochte oder mag für seine etwas fantastisch angehauchte Art Filme zu machen, immer so ein bisschen, immer so ein bisschen Twist dabei, dann ist Danke verhältnismäßig gewöhnlich. Ja, ist auch vor allem halt, ich meine, Prestige soll man auch nochmal hier erwähnen, das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme, also auch von ihm und das ist halt, das ist eine völlig, Memento, also ich meine, das sind alles so Filme, wo halt einfach immer irgendwie sowas, das Spezielle halt dabei ist und wo halt einfach von der Geschichte her, das ist, das gibt es einfach kein zweites Mal und dann macht er einen Kriegsfilm und da denke ich mir so, Alter, das hättest du jetzt auch verkneifen können. Aber ich denke, es ist klar, dass Tenet mehr in die Inception, Interstellar, Memento-Kategorie fällt. Genau, das reiht sich jetzt wieder ein. Passt mehr und ich finde, er hat da tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt, wenn es darum geht, was man so vom Zuschauer einfordern kann. Ja, eindeutig, ja. Und er hat einen gefordert. Ja, und das kann man jetzt beurteilen, wie man mag. Ich habe ja meine Meinung dazu schon kundgetan, also mich hat es dezent überfordert. Mich auch. Andere mögen das anders sehen. Wie gesagt, ich persönlich ziehe da einen großen Reiz draus. Ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, habe auch gelesen wieder im Internet und trotzdem nicht verstanden. Ich werde ihn wiedersehen wollen und auf Dinge achten, die ich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Ich freue mich auch drauf. Und auch das ist für mich ein Reiz. Er hat mich jetzt nicht so dumm zurückgelassen, als würde ich jetzt, keine Ahnung, David-Lynch-Film gucken. Wenn ich Lost Highway gucke zum Beispiel, dann fühle ich mich dumm. Und zwar jedes Mal, weil ich ihn nicht verstehe. Und das ist kein Lynch. Das ist Nolan. Ja, aber ist mal Hallendrive nicht noch schlimmer? Ja, mal Hallendrive ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer. Und deswegen, ich finde, dass Nolans Filme halt immer irgendwo ihren Fuß in der Realität haben. Und wenn er auch ziemlich unkonventionelle Konzepte da entwickelt, ist es immer noch so, okay, du kannst dir das schon erarbeiten und zurechtbauen, im Gegensatz zu Lynch-Filmen, die halt auf irgendeiner Meta-Ebene funktionieren, die sich mir leider nicht erschließt. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass ich im letzten Drittel irgendwie dann weggeglitten bin. Und vielleicht doch, ich bilde mir ein, ich habe es vielleicht verstanden, aber vielleicht auch nicht. Und ich habe aber meinen Frieden damit gemacht. Also ich habe jetzt… Genug verstanden. Genug verstanden, dass ich sagen kann, okay, mich stresst das jetzt nicht, dass ich jetzt vielleicht es doch nicht verstanden habe. Ich bewege mich schon selber in der Inception. Ja, und ich freue mich auch drauf, ich kann natürlich jetzt kaum erwarten, den Film dann nochmal anzuschauen, aber da werden wir jetzt natürlich nicht extra deswegen ins Kino gehen. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und vor allem halt, vielleicht gibt es dann von ihm nochmal so eine Doku, wo er hoffentlich… Ein Making-of, ja. Wo er dann auch nochmal was dazu sagt und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, diese Making-ofs ist ja immer so ein, weiß man nicht, das ist jetzt so ein Ego-Gewichse und sich gegenseitig toll finden. Oder erfährt man tatsächlich was über den Entstehungsprozess? Abwarten. Abwarten, ja. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also Fazit. Fazit. Mastzi, finde ich. Nolan-Fans, reingehen. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Tenet ist sehenswert. Also, kommen wir zu unserem allseits beliebten Spoiler-Teil. Ja, was ich eigentlich schon die ganze Zeit loswerden wollte, was man, glaube ich, nicht spoilerfrei machen kann, ist, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, dass, glaube ich, so die ersten zwei Drittel, vielleicht sogar vier Fünftel des Films, zwei Drittel oder drei Viertel, whatever, also der Großteil des Films kommt ja eher wie so ein klassischer Spionage-Film daher. Wie so ein James Bond. Genau. Ja, super. Ich habe also so exotische Locations. Ja, schöne Frauen. Schöne Frauen. Waffen. Waffen. Gimmicks. Gimmicks. Autos. Autos. Ja, ja, doch. Ja, so ein Heißt. Ja, 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 doch, doch. Schon eine ordentliche Verfolgung, gesagt, ist auch mit dabei. Wo, also, was zum Beispiel mich immer... Was diese ganzen Spionage-Filme so eint, ist ja dieses, dieser unerschöpfliche Vorrat an Ressourcen. So, hier, Feuerwehrauto, Männer plötzlich irgendwo, zack, es ist, also, es ist egal, du machst dir auch keine Gedanken, es ist einfach verfügbar. Und es ist einer da, der es beschafft. Ja, und das fand ich bei dem Film halt auch, also, diese ganzen... Also, es gibt ja Filme, die zum Beispiel, die nehmen diesen Teil dieses Prozesses mit in den Film mit auf. Und daraus ist dann quasi auch nochmal eine Handlung entstanden. Also, die Planung. Die Planung, genau, das ist dann quasi auch nochmal. So typisch Ocean's Eleven. Ja, genau, aber da ist es komplett weg. Und das ist wirklich, das ist auch wieder dieses Ruppige, weil halt, ja, wir brauchen das und das und dann, aber da wird gar nicht mal gesagt, was sie genau brauchen, das wird so umschrieben mit, ja, es sollte halt kein Aufsehen erregen oder wenn wir das so aufsehen erregen machen, dann... Dann braucht man ein Auto, das schnell ist, aber nicht schnell aussieht. Genau, es darf nicht schnell aussehen, dann braucht man das und das und das und ja, okay, und zack, zack, nächste Einstellung, geht's schon los. Also, oder das mit dem Flugzeug, genau dasselbe. Also, ist schon kühn, ja, kühn ist kein Problem. Ich dachte, Größen wahnsinnig wären ein Problem oder irgendwie so, wie es verrückt wären ein Problem. Ja, zack, nächste Sequenz, geht's schon los mit dem Flugzeug. Also, und das, das fand ich auf der einen Seite halt auch schon cool, also, weil du halt, ähm, das sind manchmal, also, es ist so die Länge, also, was so ein bisschen so ein Hänger beim Film macht und wo halt viele sagen, ah, okay, jetzt planen die das, jetzt kann ich schnell aufs Klo gehen. Also, beim Film, also, und da lässt, also, er lässt diese ganzen Sequenzen einfach weg. Ja, was, ich, ich hab da, ich hab überhaupt kein Problem damit. Also, das ist das, ähm... Ja, und ich find's gut. Es geht, es geht nur darum, also, wenn, du musst als Zuschauer nur wissen, wo du bist und warum du da bist. Genau. Und was die jetzt gleich machen. Genau. Und das, das reicht, was er da tut. Also, er springt zwar, äh, ziemlich ruppig manchmal, aber du hast immer eine Ahnung, warum sind wir jetzt da, wo wir sind. Und das fand ich nicht schlimm. Ja, es ist immer klar, okay, die, 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 ähm, diese Eingangssequenz, äh, da ging's, da ging's ja vermeintlich um Plutonium, ähm, 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 der, der, der Protagonist wird, wird, äh, tötet sich im, äh, im Verhör selbst, äh, wird gerettet und dann geht's ja los, äh, äh, diese, diesen Ursprung, diese invertierten, ähm, dieser invertierten Munitionen da zu, zu erforschen. Das ist der Aufhänger. Und dann versucht er, den Kontakt zu diesem Waffenhändler herzustellen. Das versucht er über die Frau, die wiederum Kunstexpertin ist. Somit versucht er das über ein Kunstwerk. Sie, äh, sie, äh, wird, wie war das, um ihr Vertrauen zu gewinnen, versucht er das Kunstwerk zu stehlen, dass ihr, dass dieser, ähm, ähm, Sator als Druckmittel, äh, in der Hand hat, dann brechen sie in diesem Freeport da ein. Sehr fulminant. Also, du hast immer zack, 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 zack und dann soll er halt dieses Plutonium stehlen. Äh, äh, und mit Ausnahme dieser letzten, also ich glaube die letzte, den letzten Ort, das war mir noch nicht so klar, da müsste ich jetzt noch mal kurz in mich gehen, dass, da hatten sie doch irgendwann mal im Laufe des Films eine Explosion verzeichnet in dieser, in dieser Geisterstadt. Ja. Und dann hieß es, okay, das ist der Ort, wo diese, wo diese Algorithmen zusammenkommen. Genau, ja, ja. Und, äh, den Lauf der Zeit umkehren sollen. Ja. Genau, und das war der, der große Ansturm. Also nee, man wusste eigentlich immer. Ja, genau. Nur, jetzt gerade, weil du den Anfang nochmal erwähnst, weil der geht jetzt dann, also außer diese, diese Eingangssequenz im Opernhaus und danach, wo er dann gefangen genommen wird, da hatte ich währenddessen, wo ich das sehe, irgendwie das Gefühl, ähm, ja, da sind wir schon mitten in diesem Zeitding drin, aber das war ja noch gar nicht, also deswegen habe ich das irgendwie so. Nein, also es war ja eine Prüfung. Ja, aber dieses, weißt du, wie ich meine, so quasi, dass das halt, ähm, später dann nochmal mit einspielt, aber hat's dann gar nicht. Weißt du, wer ihm das Leben rettet, der in dieser Opernsequenz? Ähm, ja, das war der Neil. Ja, genau, ja. Der diese Kugel abfängt für ihn, ja. Ja, genau. Das war der Neil. Also das ist, also im Prinzip ist das so ein 180-Grad-Film, ja, und, äh, du hast ja schon etwas früher als ich, äh, die Vermutung geäußert, dass, dass der Film quasi wieder zu seinem Ausgang zurückkehrt, ähm, und da gibt's ja diese Sequenz in diesem Flughafen, wo, wie sich dann am Ende herausstellt, er gegen sich selbst kämpft, was ich megamäßig gut gemacht fand, weil… Bevor du überhaupt gewusst hast, dass du, dass er gegen sich kämpft, war das schon so, oh mein Gott, und das, vor allem, du bist du das dann, also am Anfang sieht man das erstmal gar nicht, wenn die gegeneinander kämpfen, aber das läuft ja dann rückwärts. Naja, es ist so, dass die… Oder das läuft erstmal rückwärts. Er kämpft ja gegen ein invertiertes, äh, gegenüber, und der hat, also der, der ja aus seiner Sicht quasi rückwärts durch die Zeit läuft. Ja. Und umgekehrt. Ja. Also für einen, für den einen läuft der andere rückwärts. Genau, und andere vorwärts. Und der andere vorwärts. Und dadurch erscheint es, je nach Perspektive, erscheint sich der andere unnatürlich zu bewegen. Mhm. Und das haben sie ja zweimal exakt die gleiche Sequenz aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln gezeigt. Mhm. Und jedes Mal war der andere derjenige, der sich rückwärts bewegt. Ja. Und das fand ich halt so geil gemacht, also allein, das hat mich so ein bisschen an diese Inception-Traumsequenz da in diesem Gang erinnert, aber halt nochmal, nochmal anders. Mhm. Und war halt super beengt in diesem Gang und diese Bewegungen und die Sachen, die halt einfach ganz unnatürlich durch die Gegend fliegen. Also das war so, wow. Das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wo du noch kaum eine Ahnung hattest von diesem Konzept. Mhm. Da hat man nur diese Wissenschaftlerin da gesehen, die das Zeug zugeschickt bekommt zur Untersuchung, diesen Kugeln und so und diesen ganzen. Und das war eigentlich alles, was du wusstest. Du sagst, aha, das ist jetzt keine super Spezialfähigkeit. Das war ja das, was ich bei den Trailern gedacht hatte, dass der halt jetzt irgendwie ausgestattet wird mit der Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen oder so. Ja, das hatte ich auch erst vermutet, ja. Nee, das ist eigentlich, also die Gegenstände sind invertiert und verhalten sich anders und das Einzige, was ihn von den anderen unterscheidet, ist, dass er weiß, dass es das gibt. Ja, und das ist ja erst im, so ab der Hälfte, im letzten Drittel, wird ja dann erst, wird er dann erst invertiert, oder? Ja. Und dann siehst du, und dann ist halt diese Röhre und dann, wo du dann halt quasi, dieses Drehkreuz, genau, wo du dann halt durchläufst und das ist dann halt schon abgefahren, weil die ja dann auch sagen so, ja, also quasi, du musst quasi dich selber sehen, wie du reingehst und dann funktioniert, dann kommst du auch wieder genau so auch wieder raus, aber invertiert und das ist halt, äh, das ist so abgefahren. Nee, das ist das Konzept als solches, dass du halt, wenn du invertiert bist, dich rückwärts durch die Zeit bewegst, das ist quasi Echtzeit, Echtzeit, Zeitreisen. Ja. Ja, also das heißt, wenn die eine Woche lang invertiert sind, reisen die eine Woche lang zurück. Ja. Und das greifen die dann auch auf. Also ich sage ja, das ist, ich fand den Film wirklich, ja, ich glaube, dass das drei Viertel sogar war, war das ein typischer Spionagefilm und das mag ich, sowas mag ich ja total, das sind ja beide große Bond-Fans und Mission Impossible und so Zeug, ja, und das hat schon so einen Touch gehabt und dann kommt die Geschichte mit diesem Drehkreuz, mit diesem Überfall auf diesen Transporter, wo sie dann das Plutonium, also diesen Teil dieses Algorithmus verstehlen und dann wird es halt richtig abgefuckt. Und dann kommt dieses Drehkreuz zum ersten Mal so. Ja, das wird ja auch dann so richtig krass, wo dann dieser Flugzeugbrand, also die, um in diesen Hangar reinzukommen, tun sie einfach mal kurz ein Flugzeug kapern und lassen das explodieren, dass quasi die Alarm ausgelöst wird und es ist wie so ein Ablenkungsmanöver. Und dann fliegt auch noch Tausende, also so Tausende von Barren Gold auf die Flugbahn und, nee, auf die, wie heißt's? Runway, ja. Ja, genau, du weißt. Stadtbahn. Genau. Und dann sieht man ja, das ist ja auch dann die Sequenz, wo er dann gegen sich dann auch kämpft und später gehen sie genau an den Punkt wieder zurück und dann siehst du zum ersten Mal, ah, er kämpft ja wirklich. Also dann die Vermutung, wo ich halt vorher hatte, weil man sieht halt den Nil, wie er gegen jemanden kämpft und dann nimmt er ihm so den Helm weg und dann sieht er, wer das ist und schmeißt so den Helm quasi wieder so in den Gang rein und du siehst aber denjenigen gar nicht, wessen Helm er weg und dann dachte ich schon so, ah, okay, da hat er jetzt jemanden gesehen, wo er halt, er hat es jetzt in dem Moment verstanden, was jetzt gerade hier passiert, der andere halt noch nicht, weil er hat ja weitergekämpft. Und dann siehst du quasi das nochmal aus der anderen Perspektive, wie er halt quasi da so reingeschoben wird in diesen Gang und dann fangen die wieder an zu kämpfen und dann quasi wird es, das ist so abgefahren, das ist so. Ja, er bedient sich ja ein paar Hilfsmitteln, die ja auch storytechnisch Sinn machen, um zu unterscheiden, in welche Richtung sich die Protagonisten gerade bewegen, das ist ja halt am Anfang, also ganz typisch ist es diese Maske, weil die Story halt besagt, dass ein invertierter Mensch quasi keine nicht invertierte Luft atmen kann, also wenn er sich rückwärts durch die Zeit bewegt, kann er quasi keine Luft einatmen, die sich vorwärts durch die Zeit bewegt, deswegen müssen die immer in irgendwelchen abgeversiegelten Räumen oder halt mit Maske rumlaufen. Das funktioniert ja im Kleinen ganz gut, aber quasi so dieser große, große angelegte, also wie sich ja dann herausstellt, gibt es ja so eine Art Armee, die sich da formiert hat, die ja von diesem Aaron Taylor Johnson angeführt hat. Wie sich herausstellt, ist ja er, der Protagonist, der Drahtzieher all dem, des Ganzen, also das aus der Zukunft kommt und nimmt schon einiges an Dimensionen an, aber am Ende haben sie halt das Problem, dass irgendwie alle mit Maske rumlaufen und sich die Invertierten von den Nicht-Invertierten anhand von einer Armbinde unterscheiden und das halt irgendwie alles explodiert und teilweise rückwärts explodiert. Das ist so krass, also man muss sich das so vorstellen. Dieser temporale Zangenangriff. Ja genau, also wenn du, also die einen bewegen sich vorwärts und du siehst, wie sie sich vorwärts bewegen und die anderen bewegen sich aber schon wieder rückwärts. Also die haben quasi das Ganze schon erlebt, wo die anderen quasi reinlaufen und die anderen sind quasi schon fertig. Das ist wie wenn zwei Schichten bei irgendeiner Fabrik, die sich quasi gerade abklatschen und so, die einen laufen rein, die anderen laufen raus und du siehst aber auch, wie sie halt rückwärts wieder rauslaufen. Und dann explodiert halt alles irgendwie vorwärts, rückwärts und seitwärts und keine Ahnung. Und das ist dann einfach nur so wow, 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 wow. Also das ist dann, das ist wirklich mindfucking, also was dann zum Schluss halt passiert. Und dann versuchen sie ja diese Algorithmen zu finden und dann müssen sie in irgendeinen so einen Tunnel und dann laufen sie halt schon rein, lösen eine Sprengladung aus und man hört schon im Hintergrund schon wieder jemanden hupen. Und dann denkst du, okay, alles klar, es war schon wieder irgendjemand, wo halt versucht, die aufzuhalten und die blicken es in dem Moment schon wieder nicht. Und die laufen dann halt einfach weiter und so, ja, okay, drauf geschissen, wir müssen den Auftrag jetzt machen, auch wenn wir drauf gehen. So, und dann sind sie doch in diesem Fahrstuhl, wo dann schon einer da liegt und dann ist das doch der Nil, wo die ganze Zeit und ja, und da, da bin ich dann einfach mal kurz ausgestiegen, wo ich dann, und dann hat er ja quasi, also wenn du dich an den Nil gehalten hast, dann, er hat ja versucht quasi dir die, fast schon dir die Geschichte wieder zu erklären, also indem man sagt, weil der hat dann einfach gesagt, okay, das funktioniert jetzt gerade so nicht, er muss das komplett aus dem Zeitgefüge ausbrechen. Er ist ja in so ein Drehkreuz rein. Genau, und hat dann quasi sein Ding nochmal durchgezogen. Ja, also vielleicht zur Einordnung, dieser temporale Zangenangriff besagt ja, dass quasi ein Teil dieser Truppen zehn Minuten vor dem Ereignis, vor dieser Explosion am Ort eintreffen und ein Teil, ein anderer Teil der Truppen invertiert zehn Minuten nach dem Ereignis und somit quasi rückwärts auf das Ereignis zustürmen. Genau. Und beide haben halt Uhren getragen, das ist auch der Grund, warum der Film, also dieses Tenet halt eine doppelte Bedeutung hat, weil Ten, also die Zahl zehn aus beiden Richtungen entspricht in dem Fall diesem letzten Zangenmanöver. Ja, das ist, wie gesagt, kompliziert genug, weil, wie gesagt, du unterscheidest die, also das wechseln halt ständig die Perspektiven zwischen invertierten Truppen und normalen Truppen, blaue Armbänder, rote Armbänder. Neil läuft dann durch so ein Drehkreuz durch, ist dann wieder nicht invertiert und das ist halt so, what the fuck, ja. Ja. Und da ist es schon so, dass man sich einfach schon berieseln lässt und dann sagt, mein Gott, das sieht halt einfach unglaublich geil aus. Ist optisch wahnsinnig beeindruckend, aber halt so, dass man am Ende nicht mehr so wirklich peilt. Es ist auch sehr spannend gemacht, weil ja war die Parallelmontage mit ihr auf dem Schiff, wo sie den Antagonisten ja dann töten soll, das aber nicht tun darf, bevor nicht das Zusammenkommen dieser ganzen Algorithmusteile verhindert wurde. Das war wieder so typisch, fand ich gut, hat das Ganze noch ein bisschen aufgelockert. Ja, aber dadurch, dass sie ja nicht warten konnte und sie hat ihn erst dann umgebracht, aber dann hat es ja gar nichts ausgelöst, oder? Doch, aber das war, das war ja, das war ja eine Punktlandung. War eine Punktlandung? Ja, ja, das war eine Punktlandung. Ah, okay, gut. Das hätte auch komplett in die Hose gehen können. Ah, ja. Also sie hat sich extrem egoistisch verhalten. Ja. Kann man sagen. Also die hätte auch alles zunichte machen können. Es ist ja so, dass das, also die Prämisse ist ja, oder der, der, es wird ja so verkauft, dass der Antagonist, dieser André Sator, ja, so extrem besitzergreifend machthungrig ist, dass er halt sagt, also wenn ich was nicht haben kann, dann darf es keiner haben. Das projiziert er ja auf seine Frau. Und auf die Welt. Genauso wie auf die Welt, weil er durch seine Krankheit irgendwie Krebs, Menschstadium ihm nicht vergönnt ist, weiter auf dieser Welt zu verweilen. Also verbündet er sich quasi mit Menschen aus der Zukunft, die die Vergangenheit vernichten wollen. Weil er sagt, hey, fuck it. Wenn ich nicht mehr auf der Welt sein darf, dann keiner mehr. Und so wird das ja, so wird das ja aufgebaut. Und angeblich ist der der Auslöser in seinem Fitness-Tracker, quasi wenn der nicht mehr sendet, dann wird dieses Ereignis ausgelöst. Und wie sich dann halt herausstellt, sollte das nicht nur ein wirkungsvoller Schutz sein, sondern auf pure Absicht, weil er halt geplant hat, sich selbst zu richten zu gegebener Zeit und dann das Ereignis auszulösen. Und sie sagt dann, ja, das kann er haben, da helfe ich ihm bei. Aber das durfte halt nicht passieren, bevor er nicht verhindert wurde, dass diese Teile, also dieses Teil, dieses Algorithmus, das war halt so vollkommen ein Megafin. Das waren einfach irgendwelche Metallteile zusammengeschüßt. Das war einfach so ein Ding. Ja, das war wie so ein Metall-Lego. Das war wie so ein, genau, wie so ein Lego-Teil, weil es einfach vollkommen irrelevant ist, was das Ding macht. Ja, total. Also es wurde auch gar nicht erklärt, oder? Nee, das war einfach nur so ein Vehikel. Ja, ja, ja. Es ging, also es wird jetzt auch nicht erklärt, wie zum Beispiel diese Drehkreuze zustande kommen. Ich kann mir halt vorstellen, so wie die aussahen, das war jetzt meine Vermutung, ich habe das nicht nachgelesen, waren die aus der Zukunft. Und irgendwie in der Erde versteckt, weil die sahen extrem, das sahen nichts Sci-Fi-mäßig aus. Nee. Sondern es sah extrem robust und eher so ganz industriell aus. Ja, ja. Und meine Theorie ist halt, dass die nicht von ihm gebaut wurden, diese Drehkreuze von dem Bösewicht, sondern dass ihm die überlassen wurden. Und weil die halt so lange in der Erde schlummerten, bis sie ihren Besitzer fanden, sahen die halt so rustikal aus. Ja, ja. Ja, also ich fand auch, das Setting, das war schon sehr, also dafür, dass das... Aber die Guten hatten ja auch Drehkreuze. Ja. Ja, aber er stammt ja auch aus der Zukunft. Wie gesagt, ganz habe ich es noch nicht verstanden. Ja. Auf jeden Fall, das Setting war schon sehr cool. Also die haben jetzt da auch nicht irgendwie, das war schon sehr zeitgemäß. Also das sah jetzt auch nicht so aus, ja, das soll ja austeilen aus der Zukunft und deswegen muss es jetzt irgendwie anders ausschauen. Ja, sie haben ja jetzt auch dem widerstanden, die Zukunft da irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Ja. Also es gab jetzt keine... Ja, es gab eine kleine Botschaft, gab es schon. Also die haben sie jetzt aber gar nicht so ausgetreten. Ja, aber ich meine, es gab keine Blenden in die Zukunft. Nee, 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 gar nicht, überhaupt nicht. Also schon, also jein, also im Rahmen der Filme. Aber ja, es gab so eine Botschaft. So quasi, ja, der Mensch ist halt, wie man es ja eh schon wissen. Einfach nicht fähig, diesen Planeten zu schützen und deswegen... Nee, wird er ihn zugrunde richten. Wird er ihn zugrunde richten. Und wollten sie dann den Planeten, also dann schon... Äh, ich glaube, jetzt bin ich schon wieder ausgestiegen. Naja, sie sagen halt, sie sagen halt, sie versuchen es ja zu erklären, weil, also die Prämisse ist ja, dass die Menschen in der Zukunft eine, ich sag mal, eine eher suboptimal behandelten Planeten vorfinden und die Menschheit der Vergangenheit, also ihre Vorfahren dafür verantwortlich machen. Und die Lösung ihres Problems ist, dass sie ihre Vorfahren quasi rechtzeitig auslöschen, kann, um in der Zukunft quasi einen besseren Planeten vorzufinden. Und dann versucht er doch dieses Großvater-Paradoxon da zu erklären, was ja die unbeantwortete Frage ist, was passiert denn, wenn du deinen Vorfahr killst? Ähm, hörst du da nicht auf zu existieren? Und das Gegenargument ist ja dann, ja, wenn du noch existierst in der Zukunft, um das zu tun, kann das ja gar nicht stattfinden. Ja, ja. Also, äh, und der Film sagt halt mehr oder weniger, naja, das kommt so ein bisschen auf die Sichtweise an und wenn du drauf scheißt und sagst, äh, das hat keine Auswirkung, dann hat es auch keine Auswirkung. Ja, so erklären die das. Ja, klar. Weil das eben ein ungelöstes, das heißt, sonst wäre es ja kein Paradoxon. Ähm, und deswegen sehen die das wohl als Lösung ihrer Probleme, die Menschheit in der Vergangenheit auszulöschen, damit die Menschheit in der Zukunft… Aber alle oder nur gezielt? Ne, alle. Alle. Alle, komplett. Hm. Ja, und wie gesagt, meiner Meinung nach, ähm, das ist halt, das ist halt etwas, wo man sich vorzüglich drüber streiten kann, äh, mit diesem Paradoxon, also ob du, wenn du deine eigene Vergangenheit veränderst, nicht auch deine Zukunft veränderst, das haben sie zum Beispiel im, äh, Zurück in die Zukunft ganz gut, äh, dargestellt, wo es dann plötzlich eine alternative Zeitlinie gibt, das ist eine andere Sichtweise dieses Paradoxons, ähm, die mir persönlich besser gefällt, weil so drauf zu scheißen, weil auf der anderen Seite sagen sie dann doch wieder, ne ja, also du musst halt aufpassen, dass du nicht deinem, deinem eigenen Ich über den Weg läufst, weil ihr euch dann gegenseitig auslöscht, wenn ihr beide zur gleichen Zeit den gleichen Raum einnehmt, was ja wiederum diesem Paradoxon widersprechen würde, dass sie da, also die irre Sichtweise, ähm, aber unterm Strich kannst du, kannst du das so oder so sehen, also unterm Strich hat, haben beide Seiten ein Argument dafür, wieso das funktioniert und so wird das auch im Film dargestellt, dass du sagst, du kannst dich, deinen Großvater quasi töten, aber trotzdem weiterleben, weil es ist ja alles schon passiert. Ja. Was passiert ist, ist passiert, das sagt ihr ja auch mehrfach. Ja, 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 klar. Hm. Ja, ja, es ist, äh, ihr seht, ihr hört, äh, dieser Film lädt zu Diskussionen ein, was, was ja, was ja auch gut ist und wird uns nicht zum letzten, also mich zumindest nicht zum letzten Mal beschäftigen. Das ist schon. Aber ich, also gerade, also die Menschheit in der Vergangenheit zu töten, nur, dass der Planet dann gerettet wird, also, und die Menschen, wo in der Zukunft sind, dann weiterleben können auf einem besseren Planeten. Okay. Ja. Ja, so ist. So ist die, der Gedanke, ja. Okay. Was passiert ist, ist passiert. Könnte man auch sagen, naja, aber der Planet ist auch auch schon zerstört, äh, was passiert ist, ist passiert. Genau. Vor allem, es würde ja Sinn machen, dass man einfach nur die tötet, die halt dafür verantwortlich sind, dass dieser Planet, ja, also. Da müsste man halt gezielter in die Zeit zurückreißen. Ähm, sagen wir mal so, wenn man. Derjenige, wo Plastik erfindet, zum Beispiel, kann man dann sagen, okay, derjenige, also, wir müssen halt immer ausschauen, dass die, dass kein Mensch Plastik erfindet, oder? Ich bin halt der Meinung, ja, gut, das können wir jetzt ewig drüber diskutieren. Äh, aber man merkt halt schon, dass er bemüht ist, also Christopher Nolan bemüht ist, ähm, die gröbsten Fragen da immer zu beantworten. Also, man merkt schon, dass, dass er versucht, die ganz offensichtlichen Fragen erstmal aus dem Weg zu räumen und wenn man sich dann im Detail damit beschäftigt, dann merkt man halt schon, okay, da gibt's, gibt's die ein oder andere Lücke auch, äh, wie zum Beispiel, also, der Beweggrund des, des, des Antagonisten ist ja auch, äh, so ein Ding, wo er sagt, naja, es ist schon so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Holzhammer, so eine Holzhammer-Motivation, die ihm da angedichtet wird, ja, so nach mir die Sinnflut. Und dann, äh, wäre ja der ein oder andere Zuschauer geneigt zu sagen, ja, hör mal, du hast ja ein Kind in die Welt gesetzt, äh, was ist mit dem? Erklärt er ja dann auch. Ja, ja. Sagt er, ja, der größte Fehler, den er gemacht hat, ist quasi, äh, das Kind in diese Welt gesetzt zu haben. Also, irgendwie versucht man, versucht das schon immer, das so hinzubiegen, dass es alles Sinn macht. Ja, ja, da können wir jetzt noch ewig drüber diskutieren, glaube ich, äh, da wir die Handlung jetzt nicht komplett verstanden haben, äh, können wir sie auch nicht komplett ausbreiten. Aber gerade so das letzte Drittel, also ab diesem, diesem, diesem ersten Drehkreuz-Moment, wo, wo sie da angeschossen wird, von dieser invertierten Kugel, ähm, da, ab dem Moment wird's halt, da wird's dann anstrengend. Also, was heißt, anstrengend nicht, also, aber da, da muss man dann halt einfach ganz genau aufpassen, was da jetzt passiert. Ja, und da würde ich, das, das würde ich dann auch gerne nochmal sehen. Ja, also generell, also. Also gerade so, also allein die Sequenz, wo sie sich ja in zwei Zeitlinien, die eine bewegt sich rückwärts, die andere vorwärts gegenüber, hinter dieser Glasscheibe, wo sie sich doch rückwärts, also wo der eine rückwärts spricht. Ja, ja, also. Das ist schon abgefahren. Das ist ja schon so abgefahren und dann, da siehst du die Szene ja nochmal. Ja. Weil sie ist ja schon passiert und so, also das. Ja. Ja, ich fand's immer wieder faszinierend einfach. Ja, ja, cooler Film. Ja, absolut. Nun gut, was steht sonst noch an? Ähm. Ähm, ja. Ausblick, ich hab jetzt mal, ach so. Ja, Ausblick. Ich hab mal geschaut, also, äh, es kommt sehr viel nichts. Bond. Vielleicht? November? Ja, November, aber der vorkommt, weil wir haben ja den Trailer gesehen und, ähm, fanden den Trailer eigentlich richtig gut. Und es ist, ja, es ist die Frage, ob wir deswegen ins Kino gehen, das ist, äh, der David Copperfield und zwar, ähm, einmal reicht der Mut zurück, der hat untertitelt, ist jetzt schon wieder so geil. Von wem ist der, von wem ist der? Ähm. Weil der so unser, unser Humor getroffen hat. Armando Iannucci. Mhm. Was hat der bislang gemacht? Ähm, ja. Ah ja, The Death of Stalin und Veep hat er gemacht. Ja, Death of Stalin hat uns ja gut gefallen. Genau. Und, ähm. Ja, weiß ich nicht, ob mich der jetzt ins Kino lockt. Ja. Aber auf jeden Fall, also der Trailer ist saugut. Also das hat richtig... Ja, ich denke spätestens, äh, der nächste Bond wird uns wieder ins Kino locken. Und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und... Oder 1. Oktober Wonder Woman. Oder Wonder Woman, ja. Ja, das, das definitiv. Definitiv. Wenn, wenn der da kommt, dann gucken wir uns den an. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, weiß nicht, wir sind jetzt gerade, kommen wir ja schon zum Thema Serienempfehlung. Da haben wir nämlich diesmal keine für euch, weil wir gerade tatsächlich im Akte-X-Fieber sind. Mhm. Ähm, und jetzt kurz vor dem Ende der ersten Staffel sind. Das heißt, äh, so eine aktuelle Serienempfehlung haben wir diesmal keine. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir zwischenzeitlich einen Serieneintopf fabrizieren. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Oh, ich sehe gerade, Black Widow kommt auch im Oktober. Ja, wäre auch so ein Ding, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also, wir gehen auf jeden Fall wieder ins Kino. Also, für uns hat sich dieses Konzept bewährt. Und ich sage jetzt mal so, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, muss man sich dem denn jetzt aussetzen? Kann man das vermeiden? Ja, das kann man. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Und jetzt, nachdem ich gesehen habe, wie es funktioniert, stehe ich dazu. Ich denke, dass, also die Dinge, die ich tun muss im Alltag, sprich auch einmal in die Woche einkaufen oder auch zur Arbeit zu gehen, dass die mich einem deutlich größeren Risiko aussetzen und es für mich persönlich tragbar ist, mich einem so kontrollierten Risiko auszusetzen, irgendwie so einmal im Monat oder zweimal im Monat höchstens, um uns einfach ein Stück Normalität zurückzuholen. Und wir sind eh, wir verreisen nicht, wir gehen auf keine Großveranstaltungen, auf keine Partys, wir sind ja eh die Vernunft in Person, gehen auf keine Demos. Also, denke ich, sollten wir uns das, ist das drin? Also, es soll jetzt keine Entschuldigung sein? Nein, also, ich finde es jetzt irgendwie so ein bisschen, also dadurch, dass jetzt das mit Tenet so super war und ich jetzt, ich bin jetzt schon wieder so angefixt, auch wieder gerne ins Kino zu gehen und mich kässt es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen an. Dass nichts kommt. Dass nichts kommt, ja. Also, das ärgert mich jetzt gerade, also, dass wir wirklich jetzt bis Oktober warten müssen, bis, also den ganzen Monat, bis Wonder Woman kommt und dann kommt Ende Oktober kommt dann Black Widow und dann im November kommt dann James Bond und das, also bitte, Kinos, ich weiß, also, ich hätte jetzt auch lieber gern Mulan auf der großen Leinwand gesehen als auf Disney Plus. Also, ich habe mich jetzt erst gefreut, aber jetzt denke ich mir so, ach, scheiße, im Kino hätte ich es doch lieber gesehen. Kino kann man halt nicht. Nee, kann man nicht, also, das ist halt einfach so und das ist, und egal, was die Zukunft bringt mit der ganzen, keine Ahnung, ich meine, klar, es gibt Netflix und Amazon und was, was der Geier, was, aber Kino ist halt Kino und ich meine, ich fand es dann auch okay, also, wenn, mir ist das, wie gesagt, lieber gewesen, die Leute waren nicht so eng auf einem drauf und man hat dann halt, mein Gott, dann hat man halt eine halbe Stunde lang Lokalwert. Das ist mir dann auch wurscht. Ja, ich bin ja generell, also, wir haben ja seit Anfang dieser ganzen Auflagen und Maßnahmen immer schon gesagt, dass das Verhalten, das gemaßregelte Verhalten in der Öffentlichkeit eigentlich eines ist, was ich generell begrüße. Also, das mit Abstand halten, den Leuten nicht so auf die Pelle zu rücken, das, das, ich mag das. Ja, ich mag das auch und ich bin jetzt kein, kein ausgewiesener Menschenfeind, aber es ist einfach angenehm. Ja, es ist auch angenehm, weil ich weiß nicht, was die Menschen immer dazu bringt oder ist es die Einsamkeit oder keine Ahnung, aber dieses Herdending, dass man halt immer so pep aufeinander sein muss, nee, das muss es nicht. Und ich arbeite ja im Einzelhandel und ich kriege es immer wieder oft genug mit, dass man halt Menschen halt wirklich aktiv darauf hinweisen muss, Abstand zu halten. Und ich finde es traurig genug, weil ich mir einfach mal denke so, selbst wenn wir kein Corona hätten, wäre ein Meter der normale Abstand, den man zu einer fremden Person halten würde. Und bei uns ist es jetzt halt auch zwei Meter, also selbst bei einem Meter ist es dann halt, also die schaffen ja nicht manchmal die einen Meter und da muss man dann immer die Leute darauf hinweisen oder selbst das mit den Masken. Und ja, ich trage das Ding halt, 80 Prozent meines Tages trage ich das und es ist nicht schlimm, es ist natürlich, ist es anstrengend, aber mein Gott, da müssen wir jetzt alle durch und ich meine Hut ab für alle Pflegekräfte, Ärzte, Schwestern, alle, wo da draußen den ganzen Tag auch diese Masken auch immer beruflich auch tragen müssen. Und hey, ja, also dann sind ja die fünf Minuten beim Einkaufen, mein Gott, hey, stellt euch doch alle nicht so an. Aber ich glaube, dass unsere Hörer eh die vernunftbegabten Menschen da draußen sind und nicht die, wo nach Berlin gereist sind. Bin ich auch von überzeugt. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht mein, also unser Verhalten durch die Dummheit anderer rechtfertigen, falls das jetzt so klang. Also so kann man ja sagen, ja, wenn andere Leute in den Biergarten oder auf Konzerte rennen, dann kann ich auch ins Kino gehen. Das liegt mir fern. Ich denke, dass das eine kann man nicht immer mit dem anderen vergleichen. Und es gibt einfach Veranstaltungen oder es gibt Freizeitaktivitäten, die einfach besser mit einem Hygienekonzept Hand in Hand gehen als andere. Und wie sich für mich herausgestellt hat, ist Kino etwas, das sehr gut funktioniert. Für den Betreiber kann ich mir natürlich vorstellen, ist das natürlich suboptimal, wenn man nur noch die Hälfte oder vielleicht ein Drittel der Leute da reinlassen darf. Insofern kann man natürlich nur hoffen, dass die Kinos die Zeit überstehen. Und ich will jetzt nicht zu irgendeinem Massenauflauf aufrufen, aber ich finde, wenn euch an der Zukunft eures Kinos etwas gelegen ist, dann solltet ihr die vielleicht jetzt auch in der Krise mal unterstützen und da hingehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das Hygienekonzept unseres Kinos genauso, also ob das Warners genauso gut oder vielleicht auch schlechter funktioniert. Aber das kann man ja eh nur beurteilen, wenn man da mal hingeht. Ja, genau. Und deswegen… Also ich fand es echt toll. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja, ich habe mich, genau. Und das sagen zwei Leute, die wirklich sehr empfindlich sind, wenn es um unerwünschten Körperkontakt geht mit Mitmenschen und Rücksichtslosigkeit und so. Also da sind wir ja sehr, haben unsere Meinung schon mehrfach kundgetan und das hat, ja, das hat funktioniert. Eindeutig. Nee, fand ich toll. Okay, dann verabschieden wir uns von euch und übergeben euch das Wort. Wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr natürlich wie immer euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Ihr könnt diese oder jede andere Episode kommentieren, vielleicht auch gern schreibt uns einfach, wie sind denn eure Erfahrungen in der Corona-Krise, geht ihr ins Kino, wie oft geht ihr ins Kino, funktioniert das für euch, funktioniert das nicht. Ihr könnt uns dann auch dementsprechend eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts oder Panoptikum.io bewerten. Oder ihr unterstützt uns via Flatter. Oder ihr lasst uns anderweitig eine Sach- oder Geldspende zukommen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast-Klient eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Gut. Dann würde ich sagen, bleibt gesund da draußen. Genau. Bleibt uns gewogen. Ja, auf jeden Fall. Ihr hört uns wieder, vielleicht nicht in der gewohnten Häufigkeit. Nein, also nicht. Aber ich denke mal, im Oktober sollten wir wieder von uns hören lassen, wenn es nicht wieder alles verschoben wird. Ich hoffe nicht. Also mein Appell an euch, ihr seid ja wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass ihr eh alle anständig seid und alle Maßnahmen ergreift, dass es wirklich verhindert wird, dass es einen zweiten Lockdown im Herbst gibt. Und wenn es den dann nicht gibt, dann kann man auch beruhigt ins Kino gehen und dann kann man sich auch den James Bond und Wonder Woman und alles, was jetzt da noch kommt, auch anschauen. Genau. Und dann hört ihr wieder von uns. Genau. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.